Ok Leute ich begrüße euch zu einer neuen Folge von dem von einfach so mal gucken was wir heute so erleben mal gucken ob mal dies war so normale Runde verfügbar ist in der man irgendwas macht ohne irgendwelche bleiben zu sehen von Gegnern das ist immer eigentlich ist es immer wieder witzig zu lesen wenn ich ehrlich bin aber irgendwie es ist schon zu viel wird ich sagen ja das ist Tor ok Schiet doch hat nein da macht er was aus immer wenn ich boost hole und dann komme das ist kennt das jemand das ist manchmal so typisch ist genauso wie wird man in ein spiel Waffen nachlädt weil die lehrer das Magazin erst und dann stört man nochmal das ist so kurios manchmal da steht das war schon gut sorry so er scheint aber echt gut zu das kann man Profi das war schon krass das war meins das haben wir easy gewonnen da ist schon immer gequittet nice ja gut ich meine hat ich gesagt dass das so einfach wird ok leute das war mal die schnitzrunde aber die ich jemals hatte und dann ist es schon vorbei weil ich sagen schnitzrunde aber man gönne ich mir